Weißt du, wo wir hinfliegen? Malakka! Genau! Hallo! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Leila ist gerade mit ihrem Bobbycar unterwegs und fährt hier ein bisschen durch die Wohnung. Und sie hat sich einen Sonnenhut aufgesetzt. Das ist ja schon mal in Urlaubsstimmung. Auf jeden Fall die kleine Maus. Na, fährst du in deine Küche? Oh! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fliegen bald in Urlaub! Ich hatte euch das ja schon erzählt. Also ja, jetzt geht es endlich, endlich los. Wir mussten ja irgendwie voll lange warten gefühlt. Weil normalerweise sind wir ja immer etwas spontaner mit der Urlaubsplanung. Aber jetzt haben wir uns nach den Kita-Ferien gerichtet. Und deswegen, ja, mussten wir ein wenig warten. Aber jetzt ist es endlich soweit. In zwei Tagen geht es los. Und ich wollte jetzt mal anfangen, dann langsam mal unsere Sachen zu packen und alles vorzubereiten für den Urlaub. Und ich habe mir gedacht, dann nehme ich euch einfach direkt mal mit. Weil, ja, auch im Urlaub werde ich natürlich euch auch wieder mitnehmen. Und jetzt auch bei den Reisevorbereitungen. So, ich habe schon mal unsere Packwürfel rausgekramt. Weil, ja, wie ihr wisst, auf unserer Weltreise hatten wir ja immer diese großen Backpacks mit. Und seitdem benutzen wir auch immer solche Packwürfel. Weil ich kriege das jetzt nicht mit einer Hand auf. Ist nämlich super praktisch, wenn man halt, ja, Ordnung haben möchte im Koffer oder im Backpack oder so. Und das machen wir jetzt auch wieder. Deswegen habe ich jetzt schon mal unsere Packwürfel rausgesucht. Und ich werde jetzt erstmal den ersten Packwürfel für Nylee packen. Mal gucken, wir haben verschiedene Größen. Welche Größe ich nehmen werde für sie? Das soll mit? Ja. Ja? Aber Maas, ich glaube, das können wir gar nicht mit in Urlaub nehmen, mein Schatz. Passt gar nicht in den Koffer rein. So, ich denke mal, ich werde jetzt diese Größe hier für Nylee nehmen. Wir versuchen ja immer so ein bisschen sparsam zu packen und nicht zu viel mitzunehmen. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, wo es hingeht. Also die, die mir bei Instagram folgen und auch schon die letzten Videos gesehen haben, die wissen es schon. Wir fliegen nach Malle. Wir haben uns jetzt mal 10 Tage Mallorca gebucht und haben uns auch einen Mietwagen vor Ort gebucht. Das heißt, wir wollen so die ganze Insel erkunden. Wir waren auch schon mal da, aber es ist schon echt lange her. Und deswegen sind wir mal richtig gespannt, was sich so verändert hat. Und ja, ihr habt uns auch schon ganz viele Tipps gegeben irgendwie für coole Orte, die wir uns auf jeden Fall anschauen sollen. Schreibt gerne noch weitere Tipps. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben. Dass die Maus jetzt gerade gut beschäftigt ist und schön spielt, dann kann ich nämlich jetzt echt mal anfangen. So, was nehmen wir denn alles mit von Nylee? Ich gucke jetzt mal so ein bisschen in Ruhe durch. Ich glaube, ich nehme den Jumpsuit schon mal mit. Und ja, weil ich will echt nicht zu viel mitnehmen. Ja, ich sortiere jetzt mal so ein bisschen und dann werde ich euch gleich mal zeigen, was ich rausgesucht habe. Du hast Entenfüße, Maus. Ja, Nylee spielt hier mal wieder Gummistiefel an- und ausziehen und sie hat sich noch einen Schal umgetan. Ne, Maus? Hattest du gerade Entenfüße? Ja? So ist besser? Ja, stimmt, ne? So sind die Gummistiefel richtig. Aber eigentlich brauchst du die gar nicht in der Wohnung, oder? Jetzt Schal abmachen? Soll ich dir helfen? Oder schaffst du das? Räumst du den wieder ein? Ja, dann räum den mal bitte zurück, wo der hingehört. Genau. So, ich habe jetzt schon mal Sachen ausgesucht, aber irgendwie, glaube ich, ist das schon noch ein bisschen zu viel. Ja, also ich habe jetzt zwei Kleider rausgesucht. Dann, das ist einmal ein langer Jumpsuit. Das ist ein kurzer Jumpsuit. Hier sind so ein paar einfache Tops und T-Shirts. Das sind drei kurze Hosen. Drei Paar Socken, weil ich denke mal, die meiste Zeit wird sie Sandalen anhaben. Ohne Socken. Bodys. Wahrscheinlich nehme ich da nochmal einen weg, oder so. Habe ich einmal ein Haltstuch eingepackt, weil, ich weiß ja nicht, wenn sie vielleicht Husten bekommt, oder so. Oder im Flugzeug es kühl ist, dann kann man ihr was um den Hals tun. Dann habe ich zwei Long Sleeves zum drüberziehen, vielleicht für abends, oder so. Zwei lange Leggings. Also es soll halt ziemlich warm werden, deswegen, glaube ich, ich brauche nicht so viele lange Sachen. Hier ist einmal so eine Unterhose für unter den Kleid. Äh, für unter ein Kleid. Dann habe ich hier einmal eine dünnere, äh, lange Jacke. Frosch. Dein Frosch? Mhm. Soll ich mir den angucken? Weg. Achso, der soll auch mit? Ähm, ja, müssen wir mal schauen, Maus. Ein Kuscheltier kannst du bestimmt mitnehmen. Ähm, ja genau, die Jacke, eigentlich hätte ich lieber ihre Jeansjacke mitgenommen, aber die haben wir leider in der Kita vergessen. Und, ähm, ja, die Kita hat jetzt halt geschlossen, deswegen kommen wir dann nicht mehr dran. Ähm, dann einmal noch ein Sonnenhut und das ist ein Schlafanzug. Ja, das ist jetzt das, was ich so rausgesucht habe. Dann fehlen natürlich noch Schuhe. So, ich schaue jetzt mal, ob das alles in den Packwürfel reinpasst. Ja, so, hat alles gut reingepasst und, ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, wir nehmen noch ihre Sonnenbrille mit. Genau, mal schauen, ob sie die tragen wird, bin ich gespannt. Dann, das sind ihre Sandalen, die kommen auf jeden Fall mit und ihre kleinen, süßen, goldenen Chucks kommen auf jeden Fall auch mit. Ähm, ich werde mal schauen, welche Schuhe sie auf dem Flug anzieht, je nachdem, wie das Wetter hier sein wird. Dann ist hier ihre, ähm, Kosmetik-Wickel-Tasche und das habe ich jetzt schon mal rausgesucht von den Sachen als Outfit für den Flug. Halt eine lange Leggings, habe ich so ein Body mit T-Shirt-Ärmeln, ähm, Sonnenhut und, ähm, die Jacke, genau. Das ist dann für den Flug. Ach ja, was mir noch einfällt, eines der wichtigsten Sachen, die Schwimmsachen. Wir wollen doch auch schwimmen gehen. So, genau, hatte ich gerade vergessen, Schwimmsachen. Äh, wir haben zwei neue Bikinis für Naila, richtig süß. Und das Coole daran ist, ich habe genau die gleichen auch. Das heißt, wir haben dann Mama und Tochter, Partner-Look und dann noch einmal einen Badeanzug. Ähm, ja, das werde ich auch noch einpacken. Wie das so ist, fällt einem dann doch immer noch mehr ein. Apropos Schwimmsachen, ist mir noch eingefallen, einmal, dass wir vielleicht auch so Badelatschen mitnehmen sollten, falls, ähm, ja, der Strand so ein bisschen steiniger ist und so, dann kann Naila die anziehen. Und dann habe ich nämlich noch was zugeschickt bekommen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und ich hatte das, ähm, ja, noch gar nicht euch gezeigt, beziehungsweise auch noch nicht ausprobiert, weil wir noch nicht dazu gekommen sind. Aber das werde ich noch machen. Und zwar habe ich ganz unverbindlich, äh, von Bambino Mio einfach mal so eine, ähm, Schwimmwindel zugeschickt bekommen. Die werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dazu auch noch mal ein, ähm, eine Nass-Tasche. Voll süß, auf jeden Fall, finde ich. Naila, was machst du da? Möchtest du dir das noch mal angucken? Hier. Ja, und dann waren hier noch mal drei Töpfchen-Trainingshöschen drin. Wir haben die noch nicht ausprobiert. Wie ihr wisst, wir sind ja gerade beim Töpfchen-Training ganz fleißig mit Naili. Und, ähm, ja, das werde ich euch dann noch mal bei Zeiten erklären und auch euch sagen, wie ich die finde, wenn ich die ausprobiert habe. Ach ja, genau, Bambino Mio gibt es übrigens momentan auch bei dm zu kaufen. Könnt ihr... Ja, das ist für den Urlaub, ne? Genau, stimmt. Meiner. Ja. Deins. Ich wollte dir das auch nicht wegnehmen. Ich wollte das nur einpacken, Maus, damit wir das mitnehmen können in den Urlaub. Oder? Soll ich das einpacken? Ja? Magst du mir das geben? Nein. Nein? Nein? Na dann? Frosch. Frosch. Frosch? Da. Ne, da ist kein Frosch drauf, glaube ich. Guck mal, was ist das? Was ist das hier? Ket. Was? Ket. Ja, ein Krebs. Und weißt du auch, was das hier ist? Papagei. Papagei? Ja, kann man durchgehen lassen, würde ich sagen. Und was ist das hier? Kuck. Warte, hier ist noch was. Das da, was ist das? Sonne. Ja, die Sonne, genau. Ja, das ist eine Tasche, genau. Da kann man die Sachen reintun, wenn die nass sind. Maus. So, ich habe jetzt das meiste erstmal für Naila gepackt. Ist ja jetzt natürlich noch nicht fertig alles, noch nicht final, aber ja, so das Wichtigste habe ich ja jetzt schon mal rausgelegt. Und wir gehen nämlich jetzt gleich erstmal zum Kindertourn. Ich bin mal gespannt, dass es das erste Mal eine Freundin nimmt uns mit, mit ihrem kleinen Sohn. Also kennt ihr vielleicht auch schon, Isi und Luis. Die waren schon, glaube ich, öfters mal in unseren Videos oder auch bei Instagram zu sehen. Ja, mit denen gehen wir jetzt gleich zum Kindertourn. Dann kann die kleine Maus, die hier schon wieder ganz wild rumrennt, sich mal ein bisschen austoben. Und ja, rennt ihr die ganze Zeit hin und her. Ich glaube, das ist das Richtige jetzt zum Touren zu gehen. Und dann werde ich später mal weiterpacken, nämlich meine Sachen einpacken. Was machst du? Naila, hast du los mit Luis zum Touren zu gehen? Möchtest du touren? Ja. Hallo, du, Luis. Hast du Luis Hallo gesagt? Hallo, Luis. Ja, der Luis freut sich schon. Wir gehen jetzt mit ihm touren. Sollen wir uns fertig machen? Touren. Touren. Aber bevor wir gehen, werden wir jetzt hier nochmal das Chaos ein wenig beseitigen. Und ich bereite auch schon mal ihr Bett vor und mache gleich schon mal hier alles dunkel, weil wenn wir wiederkommen, dann wird Naila, denke ich mal, direkt todmüde in den Mittagsschlaf fallen. Ja, genau. Aber vorher wird hier jetzt erstmal einmal zusammen das Chaos beseitigt. Oh, toll. Hast du die Schuhe ganz alleine angezogen? Maus? Ja. Oh, super gemacht. Toll. Na, Mama zieht jetzt auch eben Schuhe an, ne? Ne, gib mir mal die, nicht die Schuhe, gib mir mal die Chucks. Ganz unten. Genau, ja, super. Genau. Oh, die ziehe ich an. Danke. So, dann sind wir bereit. Das hier ist übrigens mein Outfit of the Day. Ich habe einfach so eine Jeans an, eine blaue mit ein bisschen zerrissen. Dazu habe ich jetzt meine Chucks angezogen. Ich auch. Du auch? Ja, du hast heute keine Chucks an, ne? Du hast Sandalen an, ne? Ja. Und dazu habe ich so ein schwarzes Oberteil an. Genau. Ja, eine kleine. Was? So, ich habe mal noch eine Jacke drüber gezogen. Schuhe? Ja, Mama hat Schuhe an. Genau. Jetzt können wir los. Nehmen wir die Tasche. Auf den Arm willst du? Warte mal einen Moment. So, wir sind jetzt unterwegs. Wir sind im Auto. Da hinten sitzt Nailchen. Naila ist ein Mädchen. Und was ist Luis? Hm? Junge. Ein Junge. Genau. Ja, wir fahren jetzt zu Luis, ne? Treffen wir uns jetzt mit ihm. Bist du schon aufgeregt auf Luis? Ja? Guck mal, da ist Luis. Hallo. Hallo. Naila hat auch Stoppersachen. Möchtest du die auch anziehen, Maus? Ja? Ja. Okay. Und meine. Ja, das sind deine, ne? Das sind meine. Und hat das Spaß gemacht, Maus? Ja? Turnen. Turnen? War das Turnen lustig? Turnen lustig. Ja, ne? Mit Luis. So, dann fahren wir jetzt schnell nach Hause, okay? Später. Was? Luis. Später, Luis. Genau, ja. Später siehst du Luis nochmal wieder heute Nachmittag. Genau, stimmt. Treffen uns nochmal, ne? Aber jetzt gehen wir nach Hause zum Mittagsschlaf. Doch. Doch, ich glaube, die Naila ist müde. Na, werden wir gleich sehen, ne, Mausi? Gucken wir gleich mal, ob du müde bist. Ja, das Turnen ist jetzt zu Ende und es hat den beiden kleinen Mäusen richtig Spaß gemacht. Und, ähm, ja. Wir fahren jetzt nach Hause und die kleine Maus sagt zwar, sie ist nicht müde, aber... Doch. Bis gleich. So, ich habe die Maus jetzt schlafen ins Bett bekommen. Sie ist gerade noch im Auto eingeschlafen. Von wegen nicht müde und so. Naja, während die kleine Maus jetzt Mittagsschlaf macht, werde ich dann jetzt mal anfangen, meine Sachen zu packen für den Urlaub. Dann kann ich die Zeit ein bisschen nutzen. So, das sind jetzt so die Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, die ich mitnehmen soll. Aber ich weiß nicht, ob das, ähm, zu viel ist. Ja, keine Ahnung. Also, hier habe ich einmal einen Stapel, da sind sozusagen lange Hosen, also beziehungsweise eine Leggings halt. Die werde ich auf dem Flug anziehen, denke ich mal. Dann ist hier noch eine schwarze lange Stoffhose und eine, ja, so eine geblümte Sommerstoffhose. Das ist so eine Weite und eine Jeans. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Jeans brauchen werde, weil, also, der Wetterbericht sagt, es wird einfach mega heiß. So 38 Grad und so. Ja, dann habe ich hier alles, ähm, ja, Oberteile und Tops, so T-Shirts und so weiter. Ähm, das sind meine Schlafsachen, eine kurze Schlafhose und ein Top. Ähm, hier habe ich einmal ein Kleid, ein, das ist so ein Jeanskleid, einen langen Maxi-Rock und nochmal einen langen Jumpsuit. Und das sind, ähm, drei kurze Jumpsuits. Genau, die beiden, die hatte ich auch jetzt neu bei H&M noch gekauft. Fand ich eigentlich richtig süß. Den hier vor allen Dingen, kann ich euch ja mal zeigen. So, ich habe den euch jetzt mal ausgebreitet, weil den finde ich mega süß irgendwie. So, voller schöne Muster. Und, ähm, ja, genau, den nehme ich auf jeden, jeden Fall mit. Den finde ich richtig cool. Und da habe ich mir nochmal so einen mit Leoparden-Muster gekauft, gestern, äh, auch bei H&M. Und dann, genau, den noch aus Thailand, den Jumpsuit. Dann habe ich nochmal hier kurze Hosen, einmal so eine Levis-Shorts. Dann noch eine Jeanshorts und so eine geblümte kurze Hose. Ja, das war es eigentlich. Und dann kommt natürlich noch, ähm, einmal Birkenstocks, einmal, ähm, Hawaiianas, also, ähm, Flipflops. Und ich glaube, ich ziehe auf dem Flug meine Shucks an. Ja. Das war es dann an Schuhen. Ja, dann kommt natürlich noch, ähm, Schwimmsachen mit. Also, ich habe ja auch ganz viele Bikinis zugeschickt bekommen. Die werde ich alle mitnehmen und euch zeigen. Und, ähm, ja, unter anderem auch das, was Naila hat, ne? Wir haben ja jetzt, äh, Partnerlook. Da freue ich mich schon drauf. Ach ja, genau, ich habe mir noch gestern eine neue Sommerbrille gekauft. Die nehme ich auch noch mit. Genau. Aber jetzt, äh, kommt erst mal das alles, was hier auf dem Boden liegt. Haha. In einen Packwürfel. Wow, Leute, ich habe jetzt alles hier reinbekommen. Es sind jetzt zwar drei Packwürfel geworden anstatt einer. Aber voll krass, es hat alles hier in die Ledertasche reingepasst. Voll cool. Ich hatte nämlich voll Bock, äh, keinen richtigen Koffer zu packen und nicht so viel mitzunehmen. Und, äh, ja, krass. Hat gepasst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und den Rucksack werde ich dann als Handgepäck mitnehmen. Aber, ja, die Tasche ist jetzt auch zwar pickepacke voll. Ich zeige euch das mal. Ja, hier ist jetzt ein Packwürfel. Da drunter. Das kann man, glaube ich, gar nicht so erkennen, ne? Ist noch einer. Und noch da drunter ist noch ein dritter. Ähm, ja. Ich habe jetzt eigentlich alles so weit drin. Hier habe ich noch meine Schuhe an der Seite drin. In der Plastiktüte. Ja, voll gut. Ja, voll gut. Das heißt, jetzt muss ich nur noch meine, äh, Kosmetiktasche einpacken und meine Schminksachen. Aber ich werde auch nicht so viel mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall dann auch Spielsachen und so weiter für Naila einpacken. Aber ich glaube, so viel ist das wirklich nicht mehr. Ja, voll gut. Jetzt freue ich mich. Jetzt habe ich auch schon wieder eine Sache erledigt. Voll gut. Schaut mal, wer wach ist. Hallo, hallo. Naila ist aufgewacht. Und wir gehen jetzt wieder los zu Luis, ne? Könnt ihr weiterspielen? Hm. Luis freut sich schon was. Hast du auch Lust? Ja. Ja. Super. Oh Naila, wer kommt da? Da ist Luis. Hi da. Hi Luis. Hi. 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 Wir sind jetzt nochmal auf den Spielplatz gegangen mit den Mäusen. Guck gleich so weit. Uh. Seifenblasen gehen immer. Ihr zwei wilden Mäuse. Du bist immer ein bisschen ab. Ja, ja. Wow. Ihr seid ja schnell. Hallo. So, wir sind jetzt wieder zu Hause zurück vom Spielplatz. Und es gibt jetzt für uns Abendbrot. Kleine Maus hat schon angefangen zu snacken. Und ich dachte mir, dass wir an der Stelle dann mal das Video beenden. Im nächsten Video sehen wir uns schon im Urlaub, Naila. Wir sind bald im Urlaub. Weißt du, wo wir hinfliegen? Hm. Nein, weißt du nicht? Wir fliegen nach Mallorca. Mallorca. Genau. Sag nochmal. Mallorca. Mallorca. Ja, also Leute, wir sehen uns dann auf Mallorca im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Und ja, tschüss. Warte, tschüss sagen wir gleich. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr den Kanal abonniert. Und natürlich auch, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. So, Naila, jetzt ist dein Einsatz. Jetzt kannst du tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.